hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit dabei seid heute möchte ich mit euch über bücher für den sommer sprechen der erste juni hat ja tatsächlich fast die rekordmarke von vor ein paar jahren geknackt dementsprechend bin ich auch schon sehr sommerlich eingestellt wir haben jetzt auch gerade den garten sommer tauglich gemacht und ich freue mich schon drauf wenn ich mich wieder auf meine liege werfen kann und einfach in anderen welten ein sinken kann ich dachte mir ich zeige euch heute ein paar bücher die ich ja dem sommer zuordnen würde einfach ein paar locker leichte bücher weil für mich ist sommer mehr new adult liebesroman lasst sich als fantasy lasst sich zum beispiel ich habe es tatsächlich so dass ich im herbst winter mehr fantasy lese und im frühjahr sommer tatsächlich mehr was fürs herz sag ich einfach mal sag mal so im sommer trage ich auch locker leichte kleidung und dementsprechend passe ich mein leseverhalten auch daran an ja ich zeige euch heute 1 2 3 4 5 6 verschiedene bücher die ich bereits gelesen habe und von denen ich sagen würde dass die sich hervorragend für einen tag im garten oder am pool oder auf dem balkon eignen würden fangen wir einfach mal mit dem ersten buch an das wäre no flames to wild von nina belinski das klingt jetzt im ersten moment vermutlich sehr aufwühlend und nach naturkatastrophe etc das hat auch ein bisschen was damit zu tun es ist nämlich ein roman über ein koala reservat und wie ihr wisst gab es ja vor ein paar jahren auch so einen großen waldbrand in australien der viele koalas das leben gekostet hat und daran hat es mich auch erinnert aber es ist ein sehr sehr süßer roman wo das thema irgendwo im hintergrund schlummert aber es geht hauptsächlich um isabel die nach australien reist weil sie eigentlich ihren vater suchen möchte oder auf dessen spur ein bisschen wandeln möchte und dann in diesem koala reservat strandet mit ihrer besten freundin und dem koala reservat hilft wieder so ein bisschen auf die beine zu kommen und die geschichte die sich dann auch mit dem pfleger wie heißt sie noch mal lehm entwickelt ist halt auch einfach super super schön und ich hatte damals als ebook gelesen und habe es mir dann nachträglich noch als print exemplar gekauft weil ich mir dachte ich will es auf jeden fall im nächsten sommer also jetzt noch mal lesen weil die geschichte wirklich schön war und ich auch noch band 2 und 3 jetzt dann in einem rutsch hinterher lesen möchte dann halte ich euch stellvertretend für die gesamte reihe gerne noch alles was du von mir weißt von kira crow in die kamera ich habe band 1 2 und 3 wirklich abgöttisch geliebt es ist eine dreier clique von mädels und in jedem buch geht es um eine andere in jedem band wird auch ein großes thema behandelt im ersten band geht es zum beispiel darum dass ein mädel ja quasi einen gewissen ruf hat nur weil die familie und gewissen ruf hat und dass sie da so in eine kaste gedrückt wird und daraus ausbricht und nach portugal fliegt und dort einem ja auch ein tier auffangstation quasi also so einem tier rescue center so eine nicht tötungsstation aber so ein tierheim in portugal hilft und eben nicht dieses oberflächliche mädel ist von dem alle denken dass sie es ist in band 2 geht es dann um ihre beste freundin poly da geht es sehr viel um das thema body shaming und in band 3 geht es um eine andere freundin also um die dritte im bunde die quasi sich von ihrem langzeitfreund trennt und sich erst mal auf dem single markt noch mal umschauen muss da geht es auch viel um toxisches verhalten und um ja lügen beim daten et cetera also alle drei haben schon so ein schwerpunkt der einen runter ziehen könnte aber ich finde dass die reihe total auch locker entspannt geschrieben ist dass sehr viel humor drin steckt was das ganze auch noch mal auflockert also es ist wirklich für mich total angenehm zu lesen gewesen die komplette reihe auch wenn die themen zeitweise etwas schwer waren aber das ist alles so bisschen auch im hintergrund gedümpelt ich kann es auf jeden fall sagen dass ich mir sehr gut vorstellen kann diese bücher auch noch mal irgendwie an so einem garten tag zu lesen das nächste buch hatte ich euch bei meinem letzten sommer bücher video bereits gezeigt aber es ist einfach das buch das als erstes in meinen kopf kommt wenn ich an empfiehlen mir eine sommer lektüre denke und das ist nämlich sweet like you von robin neely das buch ist einfach ein buch für zwischendurch es ist kein literarisches highlight es ist kein buch das ewig in erinnerung bleibt würde ich jetzt mal fast behaupten aber es ist einfach in der zeit in der du es liest ein buch das dir gute laune macht und das verbinde ich auch irgendwie immer mit sommer es geht um wie heißt sie noch mal kassie wilkerson die von ihrer tante ein haus erbt eine imkerei und sie soll für drei wochen das amt ihrer tante als bürgermeisterin übernehmen in einer stadt wo sie gar keinen bock drauf hat in einer stadt in der alle total banane sind und loko sind da denkt sie ich bin hier das großstadtmädchen das auf einmal in die in die kleinstadt geworfen wird wo jeder jeden kennt und jeder mehr über dich weiß wie du selbst und es ist einfach sehr humorvoll geschrieben es ist ein buch wie gesagt für zwischendurch aber ich finde halt wenn du im garten liegst da brauchst du auch keine epische high fantasy geschichte da willst du einfach die sonne genießen das gute wetter genießen ein kaltes getränk zu dir nehmen und einfach eine schöne witzige entspannte geschichte lesen und dafür ist dieses buch auf jeden fall prädestiniert das nächste buch heißt zwar autumn in your eyes also es geht auch irgendwie dann um herbst aber ich finde da das buch auf cozy island spielt einer verträumten süßen insel passt es für mich auch sehr sehr gut in den sommer der zweite band heißt ja spring in your heart und ich gehe davon aus es wird auch noch einen sommerroman geben den werde ich dann vielleicht nächstes jahr in meinem sommer bücher video zeigen aber ich fand das buch total niedlich total entspannt total cozy was ja eigentlich prädestiniert auch für den herbst ist aber ich kann mir ja sehr gut vorstellen dass man das auch entspannt im garten auf der liege lesen kann es geht um die protagonistin heißt auch autumn deshalb hat es nicht nur namentlich mit dem herbst zu tun sie reist nach cozy island nach dem tod ihrer großmutter und misst sich da so ein bisschen in deren haus ein und weiß gerade selbst nicht wo sie mit ihrem leben hin will und wird so herzlich auf dieser insel in empfang genommen dass sie halt überlegt ob sie nicht vielleicht sogar dort bleibt und die bewohner von cozy island sind total schön und elle hat auch einen super niedlichen ich sag mal niedlichen schreibstil sie beschreibt dinge sehr süß und jeder raum der betreten wird wird auch genauestens beschrieben es ist ja es ist einfach ein süßes buch so wie ich alle kennengelernt habe finde ich sie auch total süß auch wenn man das eigentlich nicht hören mag aber ich finde sie süß ich finde ihre roman süß und ich freue mich auch tatsächlich schon auf band zwei jetzt musste ich für die letzten beiden bücher noch den akku wechseln aber machen wir weiter mit undercar bridesmaid und ich glaube ich lehne mich nicht so weit aus dem fenster wenn ich sage dass das eines der lustigsten bücher ist die ich jemals gelesen habe und lustig ist ja eigentlich noch eine untertreibung es hat auch diesen wunderschönen farbschnitt in der erstauflage ich muss damals kaufen das witzige an dem buch ist dass am ende jedes kapitels ob ich gerade spontan was finde immer so chat verläufe oder irgendwelche lustigen e-mails abgedruckt sind die das buch einfach so was von auflockern wo ich jedes mal gedacht habe ich schieße mich tot aber worum geht es eigentlich oder was haben diese e-mails et cetera zu bedeuten es geht um sophie sie ist undercover bridesmaid wie der titel schon sagt also man kann sie buchen wenn man eine brautjungfer haben möchte beziehungsweise eine indirekte wedding plannerin jemand der sich um all den scheiß kümmert auf den du keinen bock hast und in ihrer funktion wird sie mit den verrücktesten dingen konfrontiert bräute sind glaube ich das schwierigste ja was man überhaupt nur irgendwo finden kann ich glaube einmal sollte sie die königin von england gott habe sie selig anschreiben ob sie sich irgendwelche juwelen oder ein diadem ausleihen kann und solche wünsche werden da ständig geäußert und sie versucht allem gerecht zu werden und scheitert aber an vielem kläglich ich habe wirklich das ganze buch über sehr sehr lachen müssen und wenn eure nachbarn es gewohnt sind dass ihr bisschen in der gegend rumlacht dann ist dieses buch auf jeden fall auch was für einen tag im garten und last but not least wisst ihr ja dass ich auch autorin bin und ich habe auch einen sommerroman geschrieben und was wäre das für ein video wenn ich ihn euch nicht auch noch mal zeigen würde ja love me girl ist ein roman der auch im sommer spielt ein roman der in san diego spielt wo sowieso immer sonniges wetter ist es geht um surfen es geht viel um den strand also auf jeden fall ein sehr sehr großes sommer feeling es geht um tun die von ihrem freund betrogen wird und jetzt noch mal quasi ganz von vorne starten muss sie hat aber tolle freundinnen an ihrer seite und tolle kollegen und startet einfach in das abenteuer ihres lebens viel mehr möchte ich da auch gar nicht zu sagen ich würde es aber auch auf jeden fall empfehlen ist im sommer zu lesen weil da das feeling einfach noch mal viel viel größer ist ihr lieben das waren alle bücher die ich euch gerne in diesem sommer bücher video vorstellen wollen würde nächstes jahr kommen dann bestimmt noch ein paar neue dazu ich habe nämlich gestern recherchiert und da kommen ja ende des sommers noch ein paar tolle bücher dazu die dann auf jeden fall in meinem nächsten sommer bücher video einen platz finden werden die werde ich nämlich auf jeden fall lesen das war es jetzt von mir ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen tag habt fein und bis zum nächsten mal